Und der Luki treffen sich und der Karri sagt, hey, servus, Luki, und der Luki sagt, servus, Karri, heut geht's aber gar nicht so gut. Sagt er, was hast du denn da damals? Sagt der Luki, ich weiß auch nicht, in letzter Zeit habe ich da und so, was ganz komisch, da und muss ich da so pfeifen. Sagt der Karri, weißt du, da gibt's einen ganz guten Arzt, der kann da helfen, der ist in der Ungerölstraße 22. Okay, da geh ich hin. Nächsten Tag rennt der Luki los. Ungerölstraße 16, Ungerölstraße 18, Ungerölstraße 20, Ungerölstraße 20, jetzt bin ich da. Gut, er geht rein, schaut, aha, da muss ich den ersten Stock aufhören. Nächsten Tag ist der Empfang da, sagt er, ich bin der Luki, ich möchte zu eurem Doktor, weil der so gut ist. Dann sagt die Empfangstame, ja, unser Doktor, der kann dir ganz gut helfen. Sagt er, so, da hocke ich mich mal ins Wartezimmer. Da dauert nicht lang, ruft ihn der Doktor rein. So, der Nächste, okay, der Luki geht rein, sagt er, sehr geehrter Herr Doktor, Sie müssen mir unbedingt helfen, in letzter Zeit ist das ganz glät. Sagt der Doktor, ja, für solche Sachen, da bin ich auch ich, Spezialist. Na ja, er verschreibt ihm dann was und dann geht er wieder. Eine Woche drauf treffen sich die zwei wieder, sagt der Karri, und hat er dir geholfen, der Doktor? Sagt er, ja, freilich hat er mir geholfen. Jetzt geht mir ein, auch nicht besser als wie vorher. Ja. 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 Ja.